Die Honigbienen sind eine Gattung aus der Familie der echten Bienen. Die Gattung umfasst je nach taxonomischer Auffassung sieben bis zwölf staatenbildende Arten, von denen die meisten nur in Asien heimisch sind. Für die weltweite Imkerei hat die westliche Honigbiene die größte Bedeutung. In vielen asiatischen Ländern wird auch die dort ursprünglich vorkommende östliche Honigbiene in einfachen Klotzbeuten oder Höhlungen von Mauern gehalten. Diese beiden Arten brüten im Schutz von Höhlen und konnten sich dadurch sehr weit aus den tropischen Regionen heraus in gemäßigtere Klimazonen ausbreiten, wodurch sich insbesondere bei der westlichen Honigbiene regional verschiedene Unterarten herausgebildet haben. Eine natürliche Grenze der Besiedelung wird oft durch Gebirge oder Inseln gebildet. Daneben gibt es die wild lebenden Arten mit freihängenden Nestern, die in bescheidenem Umfang zur Honiggewinnung genutzt werden. Vor allem die Riesenhonigbiene und die Zwerghonigbiene, dies wird als Honigjagd bezeichnet. Der Klevhonigbiene droht dadurch die Ausrottung. Systematik aktueller Forschungsstand Bei der Erforschung der Honigbienen hat es in den mittlerweile über zwei Jahrhunderten viele Entdeckungen gegeben, siehe auch Geschichte der Imkerei. Dabei sind im Laufe der Zeit wie auch anderenorts viele Einordnungen in die Systematik aufgrund neuerer Erkenntnisse wieder revidiert worden. Die Arten mit einem großen Verbreitungsgebiet, hauptsächlich westliche und östliche Honigbiene, spalten sich in mehrere Unterarten auf. Außerdem kommen noch regionale Formen, wie die Unterarten ebenfalls fälschlicherweise als Rassen bezeichnet, hinzu. So gibt es heute zum Beispiel immer noch eine japanische Biene, aber eben nur als Teilmenge der übergeordneten Art. In diesem Zusammenhang ist auch eine Veröffentlichung von Engel zu sehen, nach der die Arten Apis Laboriosa und die erst 1996 entdeckte Apis Nulensis zu Unterarten von Apis Dorsata und Apis Cerana herabgestuft werden. Die neuen taxonomischen Bezeichnungen wären dann Apis Dorsata Laboriosa und Apis Cerana Nulensis. Es gilt aber zu bedenken, dass die taxonomische Erforschung der Gattung Apis noch lange nicht abgeschlossen ist. So steht die Kap-Biene kurz davor, statt als Unterart als eigene Art betrachtet zu werden. Sie weicht in vielen ihrer Eigenschaften deutlich von den anderen Unterarten der westlichen Honigbiene ab. Die neuen Arten der Honigbienen Cliff-Honigbiene Vorkommen Himalaya Riesenhonigbiene Vorkommen Indien Südostasien Borneo Sri Lanka Westliche Honigbiene oder europäische Honigbiene Vorkommen Ursprünglich Europa, Afrika, Nahosten inzwischen durch den Menschen weltweit verbreitet. Asiatische rote Honigbiene oder rote Honigbiene Vorkommen Borneo Apis Nigrosingta Vorkommen Sulawesi Mindanao Asiatische Bergbiene Vorkommen Malaysia Borneo Östliche Honigbiene oder asiatische Honigbiene Frühindische Honigbiene genannt Vorkommen Indien Sri Lanka Südostasien Borneo Japan Zwerghonigbiene Vorkommen Südostasien Persischer Golf Sri Lanka Zwergbuschbiene oder Bushhonigbiene Vorkommen Südostasien Borneo Bienensterben Hauptartikel Kolenikelebstes oder Weltweit sterben Bienenvölker Die UNEP weist darauf hin, dass in immer mehr Teilen der Erde die Honigbienen in großer Zahl aussterben. Die Langzeitstudie Deutsches Bienenmanetering kommt für Deutschland zu dem Schluss, dass die Hauptgründe für die periodisch auftretenden erhöhten Winterverluste mit dem starken Befall mit Varroamilbeninfektionen mit Viren, Alter der Königin, sowie Schwächung der Völker im Herbst zusammenhängen. Dagegen konnten signifikante Beeinträchtigungen durch den Befall mit dem Parasiten Nussme, durch Pflanzenschutzmittelrückstände oder andere Ursachen nicht nachgewiesen werden. Die Ergebnisse dieser Studie werden aber stark angezweifelt, da deren Hauptgeldgeber die pharmazeutische Industrie war und andere Ursachen ohne Beweise ausgeschlossen wurden. Wissenschaftler der San Francisco State University haben als neue Arbeitshypothese eine parasitäre Fliegenart namens Apocephalus borealis für das Bienensterben mitverantwortlich gemacht. Eine weitere Ursache für das Bienensterben ist die zunehmend intensive Landwirtschaft. In Monokulturen finden Bienen kaum noch ganzjährig Blütenpflanzen, von denen sie sich ernähren können. Saatgut, das mit Fiponil enthaltenen Pestiziden behandelt wurde, stellt für die Honigbienenpopulation in Europa ein akutes Risiko dar und wurde verboten. Das Insektizid Poncho ist für das massenhafte Bienensterben im Rheintal verantwortlich und wurde ebenfalls verboten. Allein in Deutschland ist nach Angaben des Deutschen Imkerbundes die Zahl der Bienenvölker seit 1952 von 2,5 Millionen auf heute weniger als eine Million zurückgegangen. Dokumentationen More Than Honey in der Internet Movie Database Film Dokumentation über das Bienensterben